Bei Weihnachten geht es nicht um die Geschenke, es geht um den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Ho, 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 ho. Genau, Sie sind zu früh. Für den Pfann ist es nie zu früh. Ho, ho, ho. Es geht nicht um den Pfann, es geht um das Christentum. Sie kommen doch erst am 6. Dezember. Und Sie sind seit 1931 bei Coca-Cola angestellt. Was wollt's denn jetzt? Sie reden immer nur von Steuern und Beiträgen. Immer geht es nur um Geld. Dabei ist doch die Frage, Sankt Nikolaus oder Weihnachtsmann? Ho, 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 ho. Er ist ein bisschen schlicht, oder? Er ist der Inbegriff der Pervertierung der Ideale des Weihnachtsfest. Weihnachten ist ein religiöses Fest. Ho. Was heißt hier ho? Na ja, so viel wie ho. Also ja, stimmt doch, von welcher Religion? Der christlichen oder der kapitalistischen? Die kapitalistische Religion? Ja, sicher. Wir reden von Schuldnern, Gläubigern, dem Offenbarungseid. Das ist alles religiös. Ja, und wenn. Wir sind besser. Wir machen Blinde sehend und Lahme gehend. Na ja, das hat ja wohl eher Gerüchtcharakter, ne? Wir haben dafür gesagt, dass man eine schwarze Flüssigkeit, die Fleisch zersetzt und die nur aus Zucker besteht, als hippes Erfrischungsgetränk sieht. Da find ich ihn besser, um ehrlich zu sein. Na ja. Wir haben weltweit fast zwei Milliarden Anhänger. Sieben Milliarden. Wir haben das Paradies und die Ewigkeit. Wir haben Business-Lounges und das ewige Wachstum des Kapitals. Und wir vergeben den Schuldnern. Und wir machen die Schulden zu Anlageprodukten. Also, wär's jetzt besser? Ho, 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 ho. Was soll das heißen? Ich bin überfordert. Das geht zur Weihnachtszeit ja vielen so. Besonders ...